Prinzessin Kate versuchte einmal, vor Prinz William einen Knicks zu machen. Aber der Witz endete nicht gut. Berichten zufolge hatten Prinz William und Prinzessin Kate in der Anfangsphase ihrer Beziehung ein sehr unangenehmes erstes Date. Berichten zufolge versuchte die Prinzessin von Wales, dem jungen Prinzen einen Streich zu spielen, was dazu führte, dass sie umfiel. Laut Hard Radio versuchte Kate aus Spaß, vor William einen Knicks zu machen. Aber am Ende fiel sie um und brachte William dazu, einen Drink über sich selbst zu verschütten. Und es scheint, als wären ihre, peinlichen, Momente damit noch nicht vorbei, denn William erinnerte sich einmal daran, wie seine Versuche, seine zukünftige Frau zu beeindrucken, indem er in ihrem gemeinsamen Haus, schicke, Abendessen zubereitete, kein gutes Ende nahmen. Er sagte gegenüber der Press Association, ich habe versucht, diese fantastischen, schicken Abendessen zuzubereiten. Aber, was passieren würde, wäre, dass sich etwas anbrennen würde, etwas würde überlaufen, etwas würde Feuer fangen. Sie würde im Hintergrund sitzen und versuchen zu helfen und im Grunde genommen die Kontrolle über die ganze Situation übernehmen. Die Prinzessin von Wales hat zuvor erzählt, dass sie rot geworden sei, als sie William zum ersten Mal traf. Sie sagte, ich glaube tatsächlich, dass ich knallrot geworden bin, als ich dich kennengelernt habe, und sozusagen davon gehauen bin, da ich mich sehr schüchtern fühlte. Und Prinz William erinnerte sich einmal daran, wie er von Anfang an wusste, dass Kate etwas, Besonderes, an sich hatte. Er sagte, als ich Kate zum ersten Mal traf, wusste ich, dass sie etwas ganz Besonderes an sich hatte. Ich wusste, dass es dort möglicherweise etwas gab, das ich erforschen wollte. 2. 2.